Ein hallo an dich alle und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ja, ich wollte einfach mal mit euch so ein bisschen quatschen, nachdem ich ja jetzt das letzte Sammelvideo endlich beendet habe, mit den 100 Graffiti bzw. Tags. Und ich bin jetzt erstmal mega erleichtert. Mega erleichtert, dass ich diese Sammelvideos jetzt komplett abgeschlossen habe und keines mehr kommen wird. Denn das war für mich keine einfache Zeit, denn das ist wahnsinnig aufwendig, diese Folgen zu machen. Und das ist nicht zu vergleichen mit einer normalen Standard 20 Minuten Story Folge, wo ich halt 20 Minuten aufnehme und dann habe ich das Video quasi schon fertig. Muss natürlich noch enkodiert werden und hochgeladen werden, aber die Aufnahme ist dann natürlich schon beendet. Und ihr habt es sicherlich gemerkt, ich habe in letzter Zeit relativ wenig Videos veröffentlicht, weil ich in letzter Zeit auch fast nur diese Sammelvideos gemacht habe. Okay, zwischendurch kam auch mal wieder Story Mission, aber nicht lange. Dann hieß es auch bald schon wieder, okay, jetzt kommt das nächste Sammelvideo. Ja, auf jeden Fall lag es hauptsächlich daran, dass ich die Sammelvideos gemacht habe und es deshalb eben gedauert hat, bis mal wieder eine neue Folge kommt. Ähm, ich hatte ja ursprünglich mal am Anfang des Projektes die Idee gehabt, dass ich diese Sammelsachen nebenbei machen möchte. Also, dass ich dann immer Stück für Stück die Sachen mir einsammle. Zum Beispiel die Hufeisen, dass ich an dem einen Tag mal fünf Hufeisen mache, dann wieder zwei Tage Pause, dann sammle ich wieder drei. Und währenddessen läuft das Projekt halt ganz normal weiter. Und die, ja, die Missionen und so weiter werden weiter, weiter gemacht. Und wenn ich dann irgendwann die 100, ja, Hufeisen gesammelt habe, dann wollte ich eben das zusammenschneiden und dann kommt, wäre dann einfach das Video so zwischendurch mal gekommen. So, das mit den 50 Hufeisen. Und, ja, die Videos hätten nicht so lange pausiert. Das war so meine ursprüngliche Idee gewesen, aber ich habe mit der Zeit gemerkt, also manchmal hat man das ja, man hat eine coole Idee, man denkt, man hat eine coole Idee, man hat sie vor Augen und dann, wenn man sie ausprobiert und umsetzen will, dann merkt man, hm, naja, eigentlich ist das doch nicht so gut. Und das war bei diesen Sammelsachen so der Fall. Das war wirklich, ich fand's nicht so gut, wie ich mir das erhofft hatte. Denn ich habe gemerkt, dass ich einfach nicht die Motivation habe, mich regelmäßig da hinzusetzen und diese Hufeisen und ähnlichen Dinge einzusammeln. Da finde ich es lieber besser, wenn ich das einmal mache und dann halt alle auf einmal mache. Und dann bin ich durch damit. Aber dieses immer wieder, alle paar Tage sich da hinsetzen zu müssen und diese Sachen einzusammeln, über einen längeren Zeitraum, das fand ich jetzt nicht so gut und deswegen habe ich es dann im Endeffekt auch gelassen. Ganz stark hat man das bei den Tags gemerkt. Also die Tags 1 bis 6 habe ich ja damals am Anfang vom Projekt, ganz am Anfang, bevor man die Mission Tagging Up Turf gemacht hat, wo man die ja eigentlich übersprüht, damit ich sie im Video habe, da habe ich die gemacht und seitdem habe ich dann wirklich nichts mehr gemacht bis vor kurzem und dann habe ich die 94 restlichen, die mir noch gefehlt haben, alle wieder am Stück gemacht. Das heißt, ich hatte in dieser Zeit nicht einmal die Motivation, dazu hier, ja, da mal wieder weiter zu machen und ja, es hat einfach nicht geklappt mit dieser Idee. Das hat einfach nicht sollen sein und deswegen habe ich es dann im Endeffekt auch gelassen und ja, das war so eigentlich der ausschlaggebendste Faktor, warum ich das im Endeffekt doch gelassen habe. Ähm, ich wollte das einfach nicht über einen längeren Zeitraum machen und da habe ich es dann lieber jetzt in Kauf genommen, dass es wieder eine längere Zeit dauert, bis die nächste Folge kommt, aber damit, dadurch bin ich dann halt damit dann auch durch, so und dieses immer wieder unterbrechen und wieder rausgeworfen werden, das ist nicht so meins und eigentlich hatte ich auch noch einen anderen Grund, äh, warum ich das jetzt gelassen habe. Der fällt mir jetzt aber gerade wirklich nicht ein. Ähm, ich überlege nochmal kurz. Nee, das fällt mir wirklich nicht ein. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, reicht dieser eine Grund ja schon. Ähm, ich habe einfach keine Lust gehabt, über einen längeren Zeitraum diese Sachen immer wieder zu sammeln. Dann wollte ich es lieber an einem Stück mal durchziehen. Und, ja, das ist aber nicht der einzige Grund für dieses Infovideo. Ähm, wir haben ja jetzt, auf jeden Fall, keine Nebenmissionen mehr zu machen in dem ganzen Projekt. Das heißt, alles, was jetzt kommt, sind Hauptmissionen. Vielleicht kommt noch das eine oder andere Special-Video. Das muss ich mir noch überlegen. Was auf jeden Fall nicht kommt, oder was ich denke, was nicht kommen wird, sind die 70 Monster-Stunts. Da habe ich lange Zeit mit gehadert und, äh, ja, überlegt, soll ich sie zeigen, soll ich sie nicht zeigen? Und bin jetzt halt zu dem Ergebnis gekommen, dass ich sie nicht zeigen möchte eigentlich. Einfach, weil der Aufwand ist erstmal viel zu groß und dafür bekommt man einfach nichts. Das ist der, das ist das größte Problem, was ich damit habe. Also 70 Monster-Stunts vom Aufwand her müssten die aufwendiger sein als die 100 Graffiti. Einfach, weil man den, man muss den Stunt halt erstmal finden. Man kann zwar mit einer Karte arbeiten und dann da hinfahren, wo der Stunt markiert ist, aber man muss den Stunt ja dann trotzdem noch finden, weil manchmal sind an einem Fleck einfach vier verschiedene Rampen, die alle potenzielle Monster-Stunts sein können. Und dann muss man erstmal diese vier Rampen durchprobieren, bis man dann den Stunt erstmal gefunden hat und dann muss man den Stunt noch erfolgreich bewältigen und mit San Andreas sind die Monster-Stunts wirklich teilweise sehr übel und sehr schwer. Und dann nehme ich das Ganze ja noch auf. Das heißt, in das Video würden dann ja nur erfolgreiche Versuche kommen. Das heißt, alle Fail-Versuche, die würden dann einfach komplett wegfallen und ich würde das ja dann immer wieder neu kommentieren, bis es dann eben klappt. Ich würde ja keine Fails in einem Monster-Stunt-Guide-Video dann haben. Und das ist einfach ein so großer Aufwand. Und dann musst du sie erstmal finden und dann dauern die Stunts ja auch noch. Und das dauert länger, als einen so einen Tag zu übersprühen, so einen Stunt zu machen. Das ist, glaube ich, logisch. Und zur Belohnung bekommt man einfach gar nichts. Sie sind weder für die 100%-Wertung nötig, noch gibt es dafür ein Achievement oder so eine Trophäe auf der Playstation oder ähnliches. Es gibt einfach gar nichts dafür. Das Einzige, was man bekommt, ist halt ein bisschen Geld, was in meinem Fall jetzt gar nicht gehen würde, weil ich habe den maximalen Kontostand. Das heißt, da wird gar nichts mehr dazukommen. Es wäre einfach hinfällig. Ich würde gar nichts dafür kriegen. Wenn man natürlich jetzt nicht den höchsten Kontostand hat und das maximale Geld hat, dann würde man natürlich noch Geld dafür bekommen. Das wäre ein kleiner Trostpreis. Aber das würde auch nicht ausreichen, um mich dazu zu bewegen, das zu machen. Und sonst gibt es nichts. Keine besondere Belohnung, kein Fahrzeug oder sowas. Von wegen, hier hast du ein Stunt-Fahrzeug zur Belohnung oder hier hast du ein Achievement, hier hast du was für die 100%-Wertung. Das Einzige, was man vielleicht noch bekommt, ist ein Eintrag in die Statistik, dass da halt steht, Glückwunsch, du hast 70 Stunts erledigt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist in etwa so zu vergleichen mit einem Stück Scheiße, was auf dem Boden liegt. Das stinkt einfach nur und sonst hat man nichts davon. Es kommt vielleicht mal einer auf dich zu und klopft dir auf die Schulter. Hast du fein gemacht, aber sonst passiert da eigentlich nichts. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich die weglassen möchte. Passt eigentlich nicht ganz so zu mir, weil ich eigentlich immer möglichst alles zeige in einem Spiel. Aber bei dieser Geschichte sag selbst ich, dass sich das einfach nicht lohnt, das zu machen. Es gibt halt einfach nichts. Wenn es ein Achievement geben würde dafür, dann wäre ich sofort dabei gewesen. Dann würden Leute das auch wieder, wieder, ja, machen wollen, um eben das Achievement zu kriegen. Gibt es nicht. Würde man dafür irgendwie eine besondere Belohnung bekommen, ein cooles Stuntfahrzeug oder sowas, dann wäre ich auch dabei gewesen. Aber nur Geld, ganz ehrlich, nein. Da bin ich, da bin ich raus. Ähm, ich glaube, das ist Denise. Die nervt hier mal ein bisschen. Ich skipp sie mal ein bisschen. Gehen wir einfach mal nicht ran. Ähm, ja, ja, war sie auch. Egal. Ähm, ja, auf jeden Fall, das möchte ich nicht machen. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von meiner Überlegung, von meiner Denkweise. Würdet ihr wollen, dass ich sowas zeige? Oder sagt ihr euch auch, ja gut, es gibt da ja echt nichts für und warum soll man das denn zeigen? Und ich würde die selber auch nicht machen. Und, äh, also ich weiß nicht. Also, daraus ein Video zu machen. Ich meine, wer will die ganz ehrlich machen? Also, ich weiß nicht. Also, ich würde die dann jetzt erstmal weglassen. Ich, vielleicht kehre ich irgendwann zu San Andreas nach dem Projekt mal wieder zurück und mache die irgendwie nebenbei oder so. Aber, ich brauche die jetzt nicht wirklich in diesem Projekt. Also, auch wenn das hier ein 100% Projekt ist und auch wenn ich eigentlich alles zeige, das ist so, ja, also, man hat so eine geringe Motivation hat man darauf, weil da einfach, es gibt halt einfach nichts. Also, der Ansporn ist echt fast null auf sowas, wenn es keine richtigen Belohnungen gibt. Deswegen, ja, so meine Denkweise, wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. vielleicht überlege ich es mir ja dann nochmal anders, aber alleine dieser Aufwand, dann würde es wieder, weiß ich nicht, vielleicht wieder wochenlang keine Videos geben, nur weil ich so ein Video mache über die Monster-Stunts, wo es, wo man als Belohnung einfach gar nichts kriegt. Das ist, finde ich, irgendwie ein bisschen Verschwendung. Und, ja, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Wie gesagt, jetzt gibt es erstmal nur noch, also es gibt es nur noch Hauptmissionen, theoretisch. Vielleicht mache ich noch einen Special-Freundinnen-Part später, wo ich nochmal alle Freundinnen zeige und zeige, was sie so gerne machen, wie man die schnell auf die hundertprozentige Zuneigung bekommt und wie man schnell ihre Belohnung bekommt, die man halt von jeder bekommt. Immer so unterschiedliche Belohnungen. Vielleicht mache ich das noch. Und ansonsten war es das jetzt erstmal mit diesem Infovideo. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. War ja eigentlich nur zur Informations, ja, Verbreitung, keine Ahnung. Es war jetzt hier, ich bin ein bisschen rumgelaufen und das war einfach nur so, damit hier irgendwas läuft und ich nicht einen schwarzen Bildschirm hier vor mir, also hier habe, im Video und ich nur darüber labere. Wollte ich hier ein bisschen rumlaufen. Auf jeden Fall, jetzt kommen erstmal nur noch Hauptmissionen und dann gehen wir auch schon ins nächste GTA-Projekt. Und was das sein wird, das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, wenn ihr die Abstimmung gesehen habt. Das ist eindeutig. Und ja, das wäre es dann erstmal mit diesem Video. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sage ich mir Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bang. Schwing.